Herzlich Willkommen bei uns. Wir sind Duceus, wir sind anders. Lernen Sie uns kennen. Empathisch, kompetent, respektvoll, fröhlich, exklusiv. Das beschreibt Duceus am besten. Das A und O in der Pflege ist Fachwissen. Die Duceus Akademie beschäftigt einen eigenen Dozenten, der unser Personal nach neuesten Standards regelmäßig schult und fortbildet. Duceus ist das einzige Intensivpflegeunternehmen in Hessen, mit der offiziellen Genehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt gemeinsam mit unserem Kooperationspartner staatliche Kenntnisprüfungen abzunehmen. Und das, das ist unser ganzer Stolz. Nein, wir sind hier nicht im Krankenhaus. Wir haben unser eigenes Krankenpflegezimmer. Hier bilden wir unser Personal fort und schulen unsere Schüler, die anschließend geprüft werden. Ich arbeite jetzt schon drei Jahre bei Duceus und es macht mir immer so viel Spass wie am ersten Tag. Meine Kollegen sind zu meiner Freunde geworden und mein Chef zeigt mir, dass ich wichtig für Duceus bin. Duceus möchte für seine Patienten und deren Angehörige besonders und einzigartig sein. Das schafft man nur mit zufriedenen Mitarbeitern, die Wertschätzung erfahren und eine gute Work-Life Balance geboten bekommen. Suchen Sie einen Pflegedienst mit Herz, Empathie und top geschultem Personal? Lernen Sie uns kennen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020